Was sind denn das für Texte, du Weichei? Ich meine, das ist aber schon lange her, dass ich so ein Gipsnacken, wie du getraut hast, mich so von der Seite anzusprechen. Was hast du denn im Kopf? Ein Blumenkohl. Und dann freust du dich noch, weil er so schön groß ist und so ähnlich aussieht wie ein Gehirn, oder was? Weißt du, wenn du die Klappe aufmachst, da kommt doch nur Schnee raus, oder was? Weißt du, ob du was sagst, ne? Oder in Hamburg platzt eine Tube Senf, weißt du? Ich will dir mal was sagen. Du bist wohl über deiner Situation nicht ganz im Bewussten, oder? Ich hab schon Leuten was auf die Nuss gehauen, die haben mich nur nach der Uhrzeit gefragt.